Adi Schatz Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und wir machen wieder mal ein Adventskalender Türchen auf heute ist es irgendwie mega dunkel draußen keine Ahnung was da wieder los ist angefangen natürlich wieder mit dem Adi seinem Adventskalender heute ist Türchen Nummer 8 glaube ich die 8 ist auf jeden Fall hier unten die machen wir jetzt erstmal auf gucken da mal rein was da drin ist und das sind diesmal runde Kekse beziehungsweise sind das richtig viele, oder? Adi, guck dir das mal an jetzt hätte ich dir fast noch den Kalender in die Schnauze ge... das schmeckt, oder? ich würde sagen schon ich hätte dir 2 geben müssen den einen hebe ich dir gleich wieder auf kein Problem dann gucken wir natürlich auch gleich was im Türchen Nummer 8 drin ist ja ist doch gut guck ich roll es dir extra in die Mitte zack mit einer feuchten Nase wo ist denn hier der eine ist das das? ja sieht so aus bitteschön wie kleines Rieh jetzt machen wir natürlich das Türchen Nummer 8 auf am Adventskalender am Bier Adventskalender gucken mal was uns da heute erwartet neun fünf hundert tausend die 8 ist hier in der Mitte und wir haben ein wir fangen mit dem Deckel wieder an ihr habt hier ein Bosch ja Bosch Braunbier Braunbier klingt auf jeden Fall lustig ich kenne nur Schwarzbier das ist Braunbier von Bosch ich dachte Bosch ist so ne äh machen so Werkzeug weißt denn das Schrauben Bohrmaschinen Bosch Bosch Bohrmaschinen genau aber jetzt Bosch Braunbier denn ohne Bier könnt ihr nicht bohren deswegen gönnt euch Bosch Etikett vorne ist hell gehalten ist schlicht gehalten einfach Bosch mit geschnörkelter grüner Schrift anders seit 1705 nicht anders seit 1988 aber anders seit 1705 Braunbier nach alter Art das ist mir aber schon wieder fast ein bisschen zu schlicht ich kann mich diesmal wirklich gar nicht entscheiden bei manchen Etiketten die finde ich zu dunkel andere finde ich zu hell andere finde ich zu schlicht andere finde ich zu überladen ich glaube ich werde diesmal gar nicht das perfekte Etikett finden wo ich von Anhieb mich drauf verliebt und sage das ist es so muss es aussehen hat insgesamt 5,0 Promille hat auch 18 Flaschen gefahren ich bin mal gespannt ich habe vor dem alten Kalender von letztem Jahr noch alle 24 Flaschen hier rumfliegen im Kalender ich habe die noch nie probiert abzugeben ob das überhaupt geht was würdet ihr für das Etikett geben ich bin trotzdem mal großzügig und gebe eine wir geben trotzdem nur eine 3 ich hätte fast eine 4 gegeben wir geben eine 3 weil weiß ich nicht wenn das so rum steht in der Reihe ich würde nicht sagen boah das muss ich jetzt unbedingt probieren sieht halt so normal aus einfach 3 also für das Etikett aber wir kommen jetzt zum Schaum und zur Farbe dadurch ist ja immer wichtig wie das aussieht was da rauskommt auf jeden Fall kein Undertaker wir nehmen dafür wieder unser Bier Tasting Glas füllen einmal die Bohrmaschine in das Glas Bosch das hat Alter ich glaube das ist das dunkelste Bier was wir bisher im Adventskalender hatten es ist ja auch ein Braunbier und ich kann jetzt schon sagen für die Farbe 5 von 5 das ist heftig das ist richtig genial manche waren ja schön goldig aber auch ein bisschen trüb und sahen so wässrig aus das übersteigt alles was ich bisher gesehen habe das ist ja mal so extrem bernsteinfarben äh dunkel bernsteinfarben aber auch richtig kräftig keineswegs trüb die Perlen steigen alle auf ein kleines Schaumkrönchen sieht schon fast aus wie ein Cola Bier nur das Cola Bier wäre wieder etwas trüber Farbe komplett 5 von 5 Punkten das finde ich richtig heftig das sieht auf jeden Fall appetitlicher aus wenn das vor mir stehen würde jetzt aber der Geruch wo ich eh schon nichts mehr rieche Geruch wirkt relativ neutral hat eine kleine bittere Note im Abgang so eine kleine Biernode hinterher riecht aber trotzdem angenehm riecht nicht säuerlich riecht nicht anders riecht nicht zu streng hat eigentlich eine gute Biernode sagen wir mal bei Geruch würde ich jetzt selbst auch 4 von 5 Punkten geben wie riecht ein Fünfer Bier ich weiß es nicht 4 von 5 auf jeden Fall für den Geruch wir haben also 3, 4, 5 Punkte insgesamt schon was ist die letzte Kategorie der Geschmack und der Geschmack ist wichtig ich erhoffe mir jetzt auch 5 von 5 dann ist das vielleicht das neue Top-Bier ich bin gespannt gönnt euch das obwohl wir hätten ja eigentlich dann machen wir erstmal einen kleinen Schluck ja ok Geschmack hält leider nicht mit mit der Farbe ich weiß nicht irgendwo bei den bei den Amis oder so die stehen alle so auf Light Biere die so ein bisschen wässrig schmecken und erst im Abgang dann so ein bisschen bitteren Biergeschmack haben das ist für die immer original so muss das sein das hat auch so eine Note das wird also in anderen Regionen wahrscheinlich richtig gut passen man kann es dadurch natürlich gut trinken ihr könnt jetzt 1 Liter trinken und denkt ihr habt Wasser getrunken während des Trinkens bis ihr absetzt habt dann erst einen bitteren Nachgeschmack ich möchte aber eigentlich wenn ich Bier trinke beim Bier trinken schon merken dass ich Bier trinke da fehlt mir leider irgendeine Präsenz die ich jetzt nicht habe also statt Präsenz kommt es unscheinbar daher entwickelt sich danach zu einem Bier ist für mich nicht optimal gelöst geschmacklich ich würde bei Geschmack weil man es trotzdem gut trinken kann und es nicht ganz schlimm schmeckt trotzdem eine 3 geben das gute Mittelmaß auf Geschmack 3 von 5 Punkten jetzt lasse ich mir das schmecken der Adi liegt einfach im Gang sieht man den da unter dem Waschbecken in der Ecke da dieses kleine Fusselige was da ist das ist der Adi er freut sich schon jetzt geht es nämlich gleich weiter ich muss dann noch ein Video hochladen ich muss dann noch das machen das hier jenes die Mama ist noch da gegenüber im Nebenzimmer ich gönne mir das jetzt für euch schön 7. Dezember natürlich wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Peace out 4 out euer Ramses das schmeckt mir in die in 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 in